Hallo hier in Ulm. Mein Name ist Matthias Miller. Ich bin Teamleiter im Produktmanagement für BODAS Software. BODAS in drei Dimensionen. BODAS Hardware, BODAS Connect und BODAS Software. Heute erzähle ich Ihnen etwas über unsere Applikationssoftware-Lösungen. Wir bieten Pakete für Fahren, Arbeiten, Energiemanagement und mehr. Lösungen zur Steuerung Ihrer kompletten Maschine, einschließlich Assistenzfunktionen und Automatisierung. Von klein bis groß, von einfach bis komplex. Unser globales Engineering-Team verfügt über ein umfangreiches Wissen zu Hydraulikkomponenten, Systemen und mobilen Arbeitsmaschinen. Wir packen dieses Wissen in Software und kombinieren es mit unserer exzellenten elektronischen und hydraulischen Hardware. Dadurch erreicht Ihre Maschine höchste Performance. Doch ist Maschinenperformance ganz alles? Nein, wir unterstützen Sie als Maschinenhersteller ganzheitlich. Unsere Lösungen sind skalierbar, offen und einfach zugänglich. Zum Beispiel unsere AS-RAM-Lösung. Diese kann einfach per Parametrierung an Ihre Maschine angepasst werden. Es ist keine Programmierung erforderlich. Für komplexere Maschinen empfehlen wir Ihnen unsere AS-Open. Hier können Sie höchst individuell auf Basis eines vorhandenen Funktionsumfangs, der kompilierbereit zur Verfügung steht, Ihre eigene Lösung ergänzen. Für Erweiterungen und für Software, die Sie neu entwerfen, empfehlen wir Ihnen unsere Bibliotheken. Diese sind gut strukturiert, gut getestet und dokumentiert. Security, funktionale Sicherheit und aktuelle Kommunikationsstandards wie UDS oder SAE J1939 sind Teil unserer Lösungen. Unsere Softwareprodukte sind gut strukturiert mit klaren Schnittstellen nach Masam, der Softwarearchitektur für mobile Anwendungen. Auf dieser Basis bieten wir Ihnen weltweit Engineering-Dienstleistungen. Wir arbeiten schon heute an den Lösungen von morgen, um die die beste Software für unsere elektronifizierte Hydraulik und für elektrische Antriebe zu bieten. Wir helfen Ihnen, Ihre Ziele schneller zu erreichen. Interesse? Dann kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie. We move, you win! Untertitelung des ZDF für funk, 2017